So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ignorzometer, wieder mal mit einer 5er Premade. Passt dieselben Gäste wie gestern, der Gude, wo ist er, der Tim ist dabei, wieder, Max ist dabei, Andere ist dabei und eine kleine Änderung, diesmal ist der Philipp dabei. Und ihr könnt ja alle mal in der Reihenfolge von Topland bis hin zur Botland mal vorstellen, was ihr so spielt. Ich spiel Full Adinar. Ich spiel Blitzcrankmitte, also Voll-RP. Ich spiel Yasuo Jungle und ich hab keine Heelbots gekauft. Und wie spielt Godzilla Kong Botlane? Kann einer von euch bitte tanken, ich hab vergessen Heelbots zu kaufen. Ich tank nicht. Warum holen Sie doch keine Heelbots? Egal. Du kannst aber gucken, wenn du ganz schnell 350 Gold bist, dann brauchst du keine Heelbots. Okay, also die Gegner trollen auch ein bisschen. Oder was heißt ein bisschen? Die Gegner haben alleine 3... Ja, die wussten natürlich, die haben uns geghostet, die wussten natürlich, dass sie gegen uns spielen und dachten, dann um für Gleichheit zu sorgen, trollen die auch. Ja, aber... Any flashers. Nice. Ein Rock. Ich weiß nicht, wir böllern die. Ich komm von hinten jetzt einfach ran, der ist die Tod. Der war doch drauf, der war wahrscheinlich so, ach gut, die haben Level 2 vor uns, wir müssen Gott so schön. So, hier war sie und da war der Huck. Der war drauf. Hey, lol, der ist, der ist ja viel zu spät gekommen. Warum hast du Level 2 eigentlich nicht? Spielst du mit XP-Rude oder was machst du? Das war wieder, was hast du gesagt, die sollen immer auf und so viel Spacke nicht zu essen. Nee, du spielst wahrscheinlich mit XP-Rude oder so, ich weiß das doch genau. Ich hab keine XP-Rude. Naja, war auch nur Spaß. Ich übernette, ich hab's nicht übernommen, was? Woll. Die sehen es denn aus, 16 zu 11. Das passt hier, wenn man zu einem Heldtränken mitnimmt. Okay, wir sind einfach nur zu. Das war die kritische Situation. Ach, das ist lustig, weil du ja so spielst. Boah, Alter, er schreit sich erstmal an. Shit. Die Minions. Die Minions. Ich hab's gesehen. Die Ash hat dich gesehen, ne? Ich weiß. Trotzdem gehen sie ja nicht weg. Ja, du musst aber die Ash schucken, ne? Weil sie... Ah ja, scheiße, hab ich voll vergessen. Wir müssen erstmal raus. Warte, wir können gleich turnen, wir können gleich turnen. Turn, 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 turn. Okay, ich hab... Okay. Nein, Junge, die haben hier ein Wort. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Jetzt sollten wir noch auf. Flash. Ich hab keinen Hock. Warum rennst du denn hin? Hä? Du hättest aber wegrennen können. Nein! Du Mad Moogly, alle. Andy pusht mit rein. So, der Tudemail muss nach Hause gehen. Ich hab keine... Fuck. Guck da! Das war... Ich hatte keine Mana, weil ich die W akkrippiert hab. Und tschüss. Alles klar, Mann. Oh, nein. Okay, in dem Sinne, FF-20. Oh, okay. Konzentration, Leute. Cut the trashy. Ach, komm ich denn. Markus, kommst du Jake worden? Könnte ich? Na, mach mal bitte. Na, es kommt doch mal, Heldrenke. Vielleicht machen die auch weg. Weil wir die beiden Jungler auch schon so oft gesehen haben auf der Karte, ne? Ich wundere, dass es hier noch nicht verweckt ist im Jungle. Wow. Wir müssen bis Level 6 chillen. Vor Level 6 können wir eh nichts machen. Die gehen dann deutlich besser als die letzten. Äh, wieso die letzten waren auch nicht schlecht. Junge, was machst du denn da? Du bist nicht Gott. Hör mal auf, so aggressiv zu spielen. Ich hab gesagt, wir müssen bis Level 6 warten. Du hast noch nur einen Heiltrank mit. Wenn du nur einen Heiltrank hast, dann kannst du auch nicht so aggressiv spielen. Kauf dir erstmal deinen Sidesomen, bevor wir irgendwas machen. Sonst haben wir die Wellen nachher, ab Level 6 die ganze Zeit hier unten kleben. Sonst haben wir jetzt mal getrunen. Das ist jetzt schon mal ein, ähm, hier. Ich bin nicht alt, ich bin fertig. Ich hab immer so ne, ich bin ein Heiltranker. Alle auf. Warum? Das schöne ist, dass es halt einfach die meisten Kills bekommt. Äh, egal. Dafür gewinnt Mitte. Okay, wir gewinnen auch eigentlich vom Farm her ein bisschen. Weil, das ist voll dumm, wenn die versuchen, uns so zu traden. Ein schöner Siegel versucht zu freezen. Er war mal, Philipp. Ben ist hier unten. Nice bait, Wayne. Leute, ihr könnt's hier auch noch. So, reicht. Da sollen wir vor Drake gehen. Ja, aber da können wir gleich machen. Ich hab hier unten gerade ne... Ihr könnt mich hier oben liven. Annie kommt. Habt ihr schon angefangen mit Drake? Annie ist hier. Nee, nee, ich mach noch Krabbel. Scheiße, das soll ich mal weggehen, ey. Kannst du sie hierher hucken? Ich will sie eigentlich... Scheiße, ich muss mich jetzt mal auf Beschäftigt stellen, ey. Geht hier bei Skepp die ganze... Oh lord. Geht hier die ganze Skepp-Alerts los, hier. Aber sie... Sie werden mich auch locker killen können, eigentlich. Aber okay, macht sie halt nicht. Nicht gut. Junge, Junge, Junge. Sollt weg. War nötig. Ja, eventuell solltest du das. Wir kommen jetzt runter. Und dann machen wir das so. So. Und warum? Ich bin gerade nicht da. Wir haben... Außerdem haben wir noch kein Level 6. Also ich zumindest auch nicht, komischerweise. Ey, ich hab alle... Ich hab 48, Minion Siebi hat 46. Wie kannst du dich von... Kannst du als Farm-Champion von dem... Nee. Aber egal, den solltet ihr kriegen. Ey, mach deine Wind Wall. Hast du Wind Wall? Mach doch deine Wind Wall. Du kannst mit der Wind Wall irgendwie... Nach dem Attack-Speed-Teil musst du dir sofort... Erstmal, ähm... Musst du dir mal ein Death Dance kaufen. Wo die will ich haben? Wann? Den hättest du verhackert. Nö, ich den lieber. Hallo, willst du dir nicht mal dein Support-Item kaufen? Ab Level 6 kämen wir auf die Ash. SS? Fragezeichen? Die waren die ganze Zeit nicht auf der Lane. Außerdem, heul nicht rum wegen SS. Welche Elo bist du? Für alle Zuschauer, die mich nicht wirklich persönlich kennen... Das ist mein Großcousin, mit dem darf ich so reden. Das stimmt gleich. Ja, Großcousin, ne? Spin to win! Tim, ne? Du machst ihm so Damage. Ich wollte extra keinen Stern mehr machen. Er macht einen seinen Heilteil. So, Leute. Ja, jetzt hat er aber keine Route mehr gehabt. Die Godzilla-Kong-Botland verschont niemanden. Ich war da mal in den Busch und war da neben dem Busch. Ja, ja, okay. Alle, wie sieht das an und ich war in dem Busch. Warte, hast du Ulti? Hast du Ulti? Hast du Ulti? Dann können wir einfach die Vayne bürsten, wenn die kommt, oder die Ash. Warte, komm her, komm her, komm her. Ash? Ash? So farmed? Okay, warte, bleib da drin, bleib da drin und warte einfach. Ash fehlt, ne? Das heißt, eventuell könntest du einen Arrow in der Mitte abbekommen. Das heißt, wir haben ja schon mal prematet drin. Sorry, musst du sein. Ich habe eine Minute, habe ich wieder Ulti, dann können wir Botlane wieder mitmachen. Hä? Die Ash fehlt die ganze Zeit. Geh, sieh wir es hier. Die habe ich schon gesehen. Ja, ja, ja. Die war schon zweimal Botlane. Aber eigentlich nur, eigentlich, die war eigentlich nur Botlane, um deren eigene Land zu baiten. Aua. LOL, die hat der einfach gezogen. Hä? Äh, ich würde, ich würde, ne, 30 Sekunden, wenn ich meine Ultimate habe, dann können wir, dann können wir das machen. Warum, die hat, die hat, die hat schon wieder kein Mana mehr. Ich habe kein Mana. Oh, na, na. So nehmen wir einfach noch gar nicht weg. Okay, also die Godzilla-Kong-Botlane funktioniert sehr, sehr gut, weil die Ash spielt wie eine... Oh, wo wir einfach in zwei Fernkämpfer spielen, ne? Ja, ist einfach so. Aber okay, wenn du einmal von der Shogart-Q getroffen wirst und ein Splashiel nicht triffst, dann bist du halt einfach tot. Und dann noch von der Wege gesilust wird. Hallo Minions, können die bitte weggehen? Also wenn du von dem Yasuo gecounter-gankt wirst, ne? Wie heißt du? Andres. Er kann das auskommen. Äh, ja. Aber nicht Damage, ey. Na, weil ich gestartet mit Lane, da ging es halt ab. Weil, der war noch nicht Base. Okay, nein, Splash und nicht dafür. Junge, komm da raus. Was? Äh, ich verstehe gar nicht mehr, Alter. Ich bin weg, ciao. Warum denn? Hör auf. Ich bin weg, see. Was verstehst du denn hier jetzt auf einmal nicht mehr? Oh, fuck. Oh, fuck. Any Double Kill, Ty, was ist das? Double Kill, oder? Warte. Ah, nee. Boah, meine Q ist on point, Alter. Okay. Was hast du denn? Ich verstehe, Mann. Borderline hat... Komm raus, komm raus, komm raus. Eigentlich bin ich gar nicht reingegangen, um hier. Was machst du hier? Mein Flash hat ziemlich komisch. Okay, raus, 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 raus. Wir turnen einfach gleich wieder, wenn sie chaset. Sie chaset. Warte, wenn du noch eine Gu triffst, ist sie tot. Oh, toll. Tründer ist müß. Jetzt steht meistens hier irgendwo Busch. Ah, jetzt ist das zum ersten Mal Base gegangen. Okay. 15 Minuten, jedes Game. Ja, scheiße, du bist tot, sorry. Was soll ich als zweites bauen gleich? Game 13 Minuten, Tründer war das erste Mal weg. Einfach rein, doch. So lebst du doch, komm, schaff, 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 schaff. Nee. Ah, Jesus. Was hat der denn so? Der hat sein Static. Scheiße. Natürlich Hacke. Egal, ich hol mir jetzt meine Triforce, dann Cassini, richtig. Die Van hat, die ist fast um, glaube ich sogar. Oh, nee. Nee, hat gerade besettet. Ja, die Van ist wahrscheinlich am Gromp oder hier. Kriegst du eigentlich Annie mittlerweile? Locker 1v1? Ja. Hey, du holst dir noch ein Fluch des Lichts danach, nochmal, so als kleines, also Fluch des Lichts nochmal für deine Ehe, nochmal ein bisschen mehr Damage. Ich hab nicht viel auf Englisch, was... Ja, Lichwaine ist das. Lichwaine, so. Eigentlich wollte ich jetzt mir Rod of Ages erst mal machen. Hey, Alin, Tjork ist auch so ein Schlauer, der schreibt, ja, ich kann erst Dienstag wieder, dann schreibt er mir erst mal, jo, bin kurz zu duschen, komm mit deinem auf. Genau das gleiche, ich hab ja auch gerade geschrieben, genau das gleiche. Ja, copy and paste, ey. Immer diese Leute, die nicht schreiben wollen. Alle, geh mal rein. Geh mal rein, geh mal rein. Und noch mehr Ult raus. Spinth win. Oder raus. Und noch mehr Ult raus. Noll. Ich bin cool, dann hat die Spindert mehr Ult. Ich glaube auf Stufe 100 bis 120. Sie ist gank. Ach ja. Ja, ich mach Red Buffen, dann komm ich, ne? Annie is missed. Oh Gott. Hol dir mal Auge der Sonnenwinde jetzt erst mal. Missin Support-Shogart. Ja, mein Firm ist wahrscheinlich weg. Jetzt, jetzt denke ich, ah, guck mal, wie ich sie geprankt hab. Ich kann einfach stehen, ich kann einfach mit meiner Weh so hart sie pranken. Pass auf, ich bleib stehen. Und sie geht weg, weil sie denkt, ich wär in meiner Weh. Bin ich aber gar nicht. Jetzt geh ich hier rein. Irgendwann wird sie unvorsichtig, irgendwann wird sie unvorsichtig. Wenn du ne Kiew auf sie, trifft sie tot übrigens. Oh, sie hat die Spell-Shield. Ja, dann ist Spell-Shield, sie aber dann hat sie nicht. Hier, da ist er Firebreak. Ja, den hätt ich ganz gerne, der wär ganz cool. Was soll ich nach meinem Jungle-Light-Inbauen? Ähm, äh, Steadyx einfach. Steadyx. Okay, Wayne hat hier den ganz gemalt. Wayne Beck portet da wahrscheinlich. Ich kann's mal ne Kuh einfach reinfeuern. Ich geh top-lane jetzt. Ich hab nen Pink, wo soll ich den aufstellen? Ja, hier rumworten. Okay, ne, ich weiß, dass jeder rumworten hat. Egal, geh einfach zurück. Die macht einfach so gar keinen Schirm, ne? Ja, da... Ich geh, warum die gehen nicht? Weiss ich nicht, ob geworden ist, ne? Now Wayne es ist Mitte. Ah, scheiß, ich soll, ich soll jetzt so viel Item bauern. Meine Option, ich kann mal noch vorwerfen. Ich bin da. Ah, Mann! Oh, 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 oh. Best Wall. Wir haben aber alles in Ordnung. mein ins drauf klopft so gut old times in diesem schon wieder das erste mal gold gemacht ihr habt ihr wisst nicht dass ich hier bin oder anstatt auf trinna zu gehen warte wenn er noch mal vorkommt können wir ihn wieder killen weil die haben da keine wort habe ich eben gesehen die hat jetzt zwei mal die ultimate das knallt einfach nur die ultimate ich dachte so die überlebte sind mit vierten von abwehren elitiert das und er kann nicht eine schleichwerung hier ja ach übrigens ist wie es fragt ich habe einen schokoladenartige ich habe einen schokoladenartige ich habe hieckiges Teil neben dem Ding. Und da lag aber jetzt gegen meine Lüfter und jetzt ist es einfach schon geschwollt. Ja, das ist auch ein Dom. Alter, wie war es da? Hat doch noch immer schon wieder Ulti? Jetzt glaube ich noch nicht. Fuck. Ich bin 2N. Tschüss. Komm rum. Alter, mein... mein Mana-Check ist noch echt okay. Ja, das ist super, das ist so cool, ne? Was ist denn so mit 2N? Ich komme... Ja tschüss. Ich komme doch nicht. So, ich habe meine 3Fors. Früher, also Anfang Season 5, wo ich Wukong gemained habe, da hast du immer First-Item, Schwertes Equipment gebaut und hast dir dann mal ganz viele Kills geholt. So, ich nehme jetzt einen Draktar. Oder, ne, ich hole mir eine Hydra. Ich glaube, ich hole mir eine Hydra. Erstmal Drake machen, der Drake ist nice. Ich bin halt ultra-fett. Vor allem das Humus gefällt mir auch. Ich baue sonst nie Humus auf Wukong, ne? Aber... Na, allein der Humus, genau. Jetzt füll dir mal bitte einfach, ähm... Keine Ahnung, was wir jetzt geil sind. Hol dir mal einen Hurricane. Hol dir mal einen Hurricane, alter. Blaine of Traktor. Und... Blaine of Traktor, alleine. Blaine of Traktor, alleine. Blaine of Traktor, alleine. Du bist da. Du bist da, Fowain. Ja, hol dir jetzt erstmal Lich Bane auf Blitzkrieg. Das wird auch übel lustig. Oh Gott, komm! Juh, dein Damage! Oh, nein, Blaine of Traktor! Oh, nein, Blaine of Traktor! Oh, nein, Blaine of Traktor! Fuck off! Komm, nein! Oh Gott! Drunter moved? Erstmal hat der Ignite in mein Face, ey. Du bist hier aber weg. Jetzt kommt der Dude! Hötet den! Ich krieg aber durch diesen Teddybett einfach viel. Ne, drunter mehr ist Mitte, der ist gar nicht da. Oh, die diven ja, ne? McDiver! Okay, gut. Oh. Dankeschön! Na ja, meine Q-Mann haben wir schon 600 Damage. Warum gehen wir nicht für den Tower? ZOIL! 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 Ich hab keine Mana! Mana! Dolle! Hey, wir reden! Q nach Statics! Okay. Soll ich mir noch Statics holen? Diese Edge, ne? Die willst echt wissen, cool! Lachen wir mal die ganze DDR! Nein! Lukas? Hm? Lukas nach Statics? Hm? Die machen wir immer so gut aus! Hm, einfach Infinity Edge, ja. Okay. Oh, Alter! Der Tod ist einfach zu. Lol, du stehst 8-4! Fair. Ja, jetzt wollte sie erstmal den Protobald. Fair. Äh, Philly. Protobald auf Doom. Sieh, wir krieg' ich T1, aber wir haben glaub' ich Tower First Blood bekommen, oder? Ja, mittlerweile. Ja, hab' ich. Ja, stimmt. Immer Tower First Blood, ja. Nice. Sieht wundern, wer hatte das? Keine Ahnung, auf jeden Fall Topland hat das. Lass mich den mal bitte, Lukas. Äh, ich brauch Red. Ey, die hat hier einfach den Tower gemacht! Mann! Oh, Red Roof. Der Ardic Curry bekommt den den ganz... Der Ardic Curry? Ja. Ich bin am ADC Süß-Sauer. Hier, die dackelt doch bestimmt irgendwie ne Vayne im Jungle, ne? Hier ist ne Vayne. Ne, da ist ne Vayne. Vayne. Vayne, komm! Hier. Oh, fuck off. Meine Plays und die heftigen aufkommen, Tim. Oh, ich hab' grad mit meinem E den Ash Arrow gesitesteppt. Alleine, guck mal mir jetzt aus, wie wenn dieser Schocker einfach hier so Busch steht. Ja, das ist die Godzilla-Kong-Botland. Lass' den Tower nehmen. Nein, ich will doch... Und dann mein Move? Äh, Tunnel, der kommt zu euch. Ich hab' besser. Ja, dann... Ja, ist er. Wenn du ne Q auf die Ash triffst, ist sie sofort tot. Auf die Ash? Warte, den V kriegen wir auch noch. Allein, wenn ich Red Roof hab' kriegen wir dann. Okay, 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 zurück. Erstmal disengage, disengage, disengage erstmal. Man darf. Ich hab' noch keine Old, ich hab' noch keine Old, ich hab' noch keine Old. Trotzdem. Warum, Ash? Wieso bist du Level 9? Ups. Overextend. Warum ist Ash Level 9? Ähm, weil Bottlin hart kassiert hat. Wenn du dich mit der Godzilla-Kong... Oh lol, der Stein ist grauen. Wenn du dich mit der Godzilla-Kong-Bottlin anlebt, dann kriegst du halt ins Gesicht. Nicht oft drin da mehr, ne? Äh, okay, doch. Alles drauf, was wir haben. Ihr müsst mir eventuell auch followen, ne? Ja, wie sollen wir denn... Ja, wie sollen wir denn... Wie weit ab? Alter, ich sitz so schlecht manchmal, ne? Ich dive, wenn Minions da sind, keiner followt. Minions sind da, ich dive, keiner followt. Minions sind nicht da, alle gehen rein. Alter, man, ich hasse diesen Champion so hart. Wie vieles! Ei, 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 ei. Ich wieder wenigstens... Oh lol! Oh, was war denn das für ein Ignite-Tick? Alter, einfach so eine halbe Stunde lang ignited, ey. Alter, was? Warte, jetzt musst du ja unbedingt noch Fluch des Lichts holen. Hol dir jetzt mal Fluch des Lichts, und dann holst du dir dein... Start des Lichts. Ah, hol dir einfach Frozen... Ne, hol dir Frozen Mallet, weil dann verteilst du dein Frozen Mallet durch den Hurricane auf drei Ziele gleichzeitig. Und dann noch für den Armour-Pen ein schönes Black-Cleaver und ein schönes Traktor. Ich hab keine Lust mehr. Nein, ich hab keine Lust mehr. Was schreist du mich an? An der, wir haben zwei... Und zwar klebe ich so richtig fett, den anderen sag ich, ich hab keine Lust mehr. Wahrscheinlich der Zweck. Ich hab noch nicht einmal so richtig ausmauelt bekommen. Außer gegen diese Platin-Oriana... Ähm... Mit AP-Sharko-Mitteln, ey. Also auch unfair. Ich denk's dir so schön, du kannst abends mal ne Runde aufnehmen. Oh lol, alter, die Quill-Animation von Gnar, ey. Erstmal voll oben aufgenascht. Bei den können wir sogar diven. Geht rein. Alter, der Damage, ey. Der Schaden ist ja auch echt abwarten. Der ist jenseits von gut und böse. Warum greift der Tauern mein Klon an? Why? Wo er behindert ist. Ach mein... Wir geben hier mal so ein Schnicken-Bluebar von der Van, ne? Ich hoffe, das ist okay für sie. Das ist so dieses Tilt-Geräusch von Tim. In der ersten Folge... Ulti, Ult auf Blitzkling, dann kann er keine Ulti machen. Ah, scheiße. Oh Gott. Oh Leute, ey. Ich hab keine Ulti, ich hab keine Ulti. Anderes, lass mal warten. Wenn ich Ulti hab, können wir reingehen. Wir sind alle tot. Warte, 10 Sekunden, jetzt können wir rein. Genau, wir können rein, leck mich. Ja, warte. Chill, chill, chill. Lass hier rum, lass hier rum, wir können da wirklich rein. Komm mit, du hast Ulti. Mhm. Und trotzdem, wie tu ich von der Van. Believe. Oder ich geh nur rein, machen wir es halt so. Darf ich Red wieder? Weil dann kann ich schön den Botlane Split pushen. Ja, auch. Oder Toplane. Den Farmer von Botlane hätt ich gerne. Ja, kannst du haben. Ich glaub ich halt nur, wenn du Tier machen willst, anstatt dass du den Klon machst. Alter. Hm, ich hab... Ah, flitze kleine, genau. Warum hab ich schon 300 AD, ey? Ich wollte auf die Kopfjumpen. Haha, no. Schöner Spotlane. Oh, Gott. Eine Flash-Ox. Ein Fast. Schöner Spotlane. Oh, Gott. Eine Flash-Ox. Schöner ist immer noch Botlane. Schöner Spotlane. Komm von hinten dran. Oh, ich brauche noch. Alter, diese Vein. Alter, was hat denn Silvers gegen mich? Geh weg. Puff. Protected old. Mann, ich wollte ihn grad stehen und ihn essen und er kült ihn einfach. Schöner Spotlane. Schöner Spotlane. Schöner Spotlane. Das hätt' sogar ein Quadracke werden können wir nicht ein bisschen, wenn ich ausgebaute Boots gehabt hätte. Trinder kommt wahrscheinlich von hinten an euch ran. Toplane ist fast. Den will ich haben als Supporter, steht mir ja zu. Oh, jetzt hab ich TAP TP'n? Nee. Was, Trinder? Hä, du brauchst nicht TP'n, anderes ist da. Anderes, lass dir bitte einen Minion. Das ist eh Minion. Traktor? Traktor kostet 3... Traktor? Traktor oder Death Dance? Death Dance wär auch cool. Achtung, Tim, die kommen. Oder ein Sterex. Ein schönes Sterex, dann überlebe ich länger. Oder ein Traktor oder ein Sterex, was ist geiler? Traktor. Ja, schönes Traktor und Dunst. Traktor und Dunst. Ja, dann hol ich mir die Rüstungsschuhe. Ich mein, die haben 4 AD Champs, dann hol ich mir die Rüstungsschuhe. Hol ich mir die Rüstungsschuhe und dann hol ich mir noch einen schönen Moor oder so. Oder wie viel Armor Pen? Habe ich 8 und... Naja, okay, ich spiel nicht mit meinen Graves Mastery, sonst hätt' ich ein bisschen mehr Armor Pen. Oh, verdammt. Einer dieser Gnar-Bild, ne? Der gefällt mir irgendwie. Genauso... Genauso dieser... Du hast keine Chance End-Com-Blitzcrank-Bild, ne? Du kriegst aber dieses Proto-Build ins Gesicht, wirst gehuckt und er ulte dich einfach. Du musst einfach mal am Anfang vom Teamfight-Ulten, dass der Trinder mehr kein Ulti drücken kann. Ja. Tschüss, Ash! Ich will die aber irgendwie mehr... Alter! Alter! Hab! Alle Leute, wenn ihr... Das hier mal eine Cube-Date. Ich glaub' ich baller da... Ich glaub' ich editier' das, um holler eine Zeitlupe... Hallo? Du... Bane macht Winkel-Winkel! Tschüss! Tschüss! Eil davon... Okay, ich darf nicht... Können wir deinen Tornado? Ich darf nicht meine Mains... Ignosometer spielen. Deswegen... Was heißt mein Mains... Ich hab' mal... Ja, lass' direkt zum Nash... Das Schöne ist, die Leute lernen auch was davon hier. Wenn wir mit einer Final Pre-Match spielen. Ich mein' ich lerne... Ja, ich... Okay, die haben Surrendert. Die haben Surrendert. Die haben Surrendert. Alles... Ja... Das war's mit Ignosometer. Schreibt euch Vorschläge, Wünsche, Summoner Names. Alltet in die Kommentare damit. Schaut doch bei dem guten Ton... Äh... Tonnmark aka Andres vor... Schnauze an Max. Schaut doch bei dem guten Andres vorbei. Oder Tonnmark auf YouTube. Der hat das Spiel auch mit aufgenommen. Guckt euch das nochmal aus seiner Perspektive an und... Tschüss! Schönen Tag noch! Tschau! Tschüss!